Guten Morgen. Ich sagte, guten Morgen. Guten Morgen. Vielen Dank. Es ist eine große Freude, hier zu sein. Mit Pastor Priest. Und ich liebe das, weil es ist die erste Mal, dass ich als Missionar für einen Priester spreche. Und das ist toll, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich als Missionar für einen Priester predigen kann. Ich möchte etwas sagen, was ich ganz stark auf dem Herzen habe für diese Familie. Wir sind erst seit kurzem in einer Beziehung. Aber je mehr ich sie kennen, desto mehr respektiere ich sie. Und desto mehr freue ich mich einfach darüber, was Gott hier tut in Heidelberg. Und es ist eine Ehre und eine Freude, hier bei euch zu sein. Meine Frau und ich hatten vor kurzem unseren 59. Hochzeitstag. Und ich sage euch das, weil ich um eure Unterstützung und Gebet bitten möchte. Nachdem ich hier weggegangen bin, bin ich nach Hause gegangen, um mit meiner Frau zusammen zu sein. Und ich war so viel weg gewesen. Und habe überall in der Welt das Evangelium gepredigt. Und es ging ihr nicht gut. Und sie ist zum Arzt gegangen. Und der Arzt hat gemeint, dass ihre körperliche Situation kritisch ist. Und wir waren da in seinem Büro. Und er hat Kay angeschaut und gesagt, also meine Frau, Und der Doktor meinte, normalerweise Leute, die diese Krankheit haben, 50% davon sterben im ersten Jahr. Und im zweiten Jahr 29%. Und im dritten Jahr 40%. Und nach drei Jahren ist es nur noch eine Frage von wenig Zeit. Und es gibt kein Medikament für diese Krankheit. Es ist eine Lungenkrankheit. Und die Lunge wird von unten her krank. Und es geht dann weiter hoch, bis man keine Luft mehr kriegt. Es ist, ja, ein sehr schmerzhafter Tod. Ein langsamer Tod. Aber sie lebt immer noch. Sie ist im ersten Jahr nicht gestorben. Sie ist nicht im zweiten Jahr gestorben. Und ich kann euch ihr Bild zeigen hier. Und sie sieht heute besser aus, als je zuvor. Das bedeutet, wenn wir Jesus folgen, dann respektieren wir die Ansichten des Arztes. Aber wir wissen, ohne jeglichen Zweifel, dass es jemanden gibt, der größer ist als die Medizin. Ich glaube nicht, dass sie das Translator brauchen. Jeder klopft, damit sie wissen, was ich gesagt habe. Aber Sie machen einen großen Job. Amen. Wo war ich? Wenn Sie 83 sind, Sie vergessen. Also, erzähl mir, was ich gesagt habe. Gott ist größer als die Medizin. Gott ist größer als die Medizin. Jetzt, 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 über ein Monat vorhin hat sie ein weiteres Problem in ihrem Rücken. Und ich brauche eure Gebete. Ich möchte 17 Jahre mehr noch leben. Und ich möchte nicht allein leben. Ohne K. Ohne K. You understand? Okay. Aber jetzt, I want to teach you something. Ich möchte euch etwas beibringen. Und ich möchte euch bitten, euch Psalm 73 anzuschauen. Okay? Und schaut euch an, was hier steht. Das ist ein Psalm von Asaph. Das heißt, David hat diesen Psalm nicht geschrieben. Wer ist Asaph? Asaph war der Leiter des Chors, der Musiker im Tempel. Also, er hat das gemacht, was Pastor Priest heute gemacht hat. Er hat Lobpreis geleitet. Und jetzt hat er die Gelegenheit, etwas von seinen Gedanken aufzuschreiben. Und ihr werdet überrascht sein, wenn wir diesen Psalm lesen. Wir werden jeden einzelnen Vers lesen und darüber reden. Schaut euch an, was er sagt. Der Psalm von Asaph sagt, Gott ist gut für Israel. Das ist ein Fakt. Und ich mag es, dass der Psalm einfach anfängt mit Gott ist gut. Ich möchte, dass ihr wisst heute, dass der Gott, dem wir dienen, ein guter Gott ist. Wenn ihr 100 Jahre lang lebt, werdet ihr nie ein Glaubwürdigkeitsproblem mit Gott bekommen. Weil jedes Wort von Gott Wahrheit ist. Jesus hat das klar gemacht. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ja? Und ich bin der Wahrheit. Asaph sagt das hier. Gott ist gut zu Israel, und zu allen, deren Herz er hat. Das ist, was er sagt. Sag es. Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Aber wie für mich, er sagt, ich habe fast mein Fett verloren. Aber dann sagt er in Vers 2, ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Stellt euch vor, ein Mann, der Lobreis geleitet hat, und das sagt, und das ist so ungefähr 2700 Jahre her. Das ist lange her, das war bevor du geboren bist. Und hier hören wir die Worte von diesem Musiker. und er sagt zu uns, er sagt, ich aber wäre fast zu Fall gekommen, hätte den Boden unter den Füßen verloren. Es ist Unsicherheit. Er hat das Gefühl, dass unter ihm die Erde bebt. Das sind echte Erfahrungen, durch die Menschen gehen. Es ist egal, wer du bist, in deinen Lebenserfahrungen, vielleicht habt ihr euch vielleicht schon mal so gefühlt in eurem Leben, dass eure Füße unsicher waren, und ihr den Stand verloren habt. Ja, beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Aber es heißt beinahe. Das ist ein gutes Wort. Dein Weg mag nicht einfach sein, aber du wirst nicht aufgehalten werden. Gott gibt uns hier Sicherheit. Und das sagt uns durch diesen prominente Mann Asaph. Und das ist eine gute Sache in der Bibel. Es stimmt. Es ist Fakt. Ist das gut? Stumpf? Ist das okay? Er ist gut? Oh Mann! Er sagt dir hier, so habe ich mich gefühlt. Ich bin fast gestützt. Oh, how do I get this off? Excuse me. Look. Here are these things. Thank you. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Beinahe. Aber etwas Gutes wird passieren, weil er fängt an, über einen guten Gott zu reden. Also egal, wo du durchgehst. Ich bin froh, dass ich alt bin. Ich bin wirklich froh. Ich bin glücklich. Ich habe mein Leben Jesus gegeben, als ich 18 Jahre alt war. Ich war ein großer Sünder. Und ich habe schreckliche Sachen gemacht. Aber als ich zu Jesus gekommen bin, mein Vater und meine Mutter hatten 10 Kinder. Und ich war der Drittälteste. Und meine ältere Schwester ist auch eine Jüngerin von Jesus geworden. Und dann hat sie angefangen, über ihren sündigen Bruder nachzudenken. Und der Grund, warum ich hier heute predige, ist wegen meiner Schwester. Meine Schwester hat gesagt, ich werde jeden von meinen Brüdern und Schwestern zu Jesus bringen. Ich werde meine Eltern zu Jesus bringen. Ist es okay, sich umdrehen? Oh, wunderbar. Wunderbar. Und wenn du Jesus liebst, dann möchtest du, dass jeder von deiner Familie auch zu Jesus kommt. Deshalb hat meine Schwester angefangen, zu beten für ihre Geschwister. Und jeder von ihnen ist zu Jesus gekommen. Ich war der Erste. Amen. Und ich weiß, wo Asaph durchgeht. Das Erste, was er gesagt hat, ist, Gott ist gut. Er wusste das. Und wenn du das weißt, dann ist es egal, wie sehr deine Füße zittern. Egal, was das Problem ist. Egal, was das Problem ist. Gott wird dich durchbringen. Er sagte, ich habe die stolzen Menschen durchbringen, wenn ich sie prospere, obwohl sie ihre Schwester. Und dann heißt es, denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Wo ist das? Welcher Vers ist das? Drei? Ja. Ich habe die stolzen Menschen beneidet. Ich sah, wie gut es in your, oh, fantastisch. Huh? Is that what he said? Lost my, was ich verletzend, lose you? I envied the proud when I saw them prosper despite their wickedness. You can't look at other things and make your decision. That will fool you. They say, oh yeah, translate that. Man kann nicht andere Sachen anschauen und dann Entscheidungen treffen, weil sie werden einen in die Irre führen. Now, here's what's in his mind. Jetzt sehen wir, was in seinem Kopf vorgeht. These people are living without pain, it seems. Er sagt, es scheint, als würden diese Leute ohne Schmerz leben. Their bodies are so healthy and they got big muscles, like this. ihr Körper ist gesund und sie haben große Muskeln. Sie sind stark. Er hat verglichen, Leute verglichen miteinander. Man kann damit große Probleme kriegen. Lass uns weiterlesen. They don't have trouble like other people, the ungodly. They're not plagued with problems like everyone else is. Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. That's verse what? Five. Five. And verse six says, they wear pride like a jewel necklace and they clothed themselves with cruelty. Da heißt es, ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen kostbaren Halsschmuck und ihre Grausamkeit umgibt sie wie ein kostbares Kleid. So sind diese Leute. Everything looks good looking out on the ungodly. Das sieht total gut aus für diese Gottlosen. Und der nächste Vers, This is the New Living Translation and it says these fat cats. Hier steht sie triefen vor fett. Where? Wo? Seven. Seven. Sie triefen vor fett. Fat. Right. Fat cats. That's a good way to say it, isn't it? They got everything going the right way. Verse seven. Verse eight. They scoff. They speak only evil. They seek to crush others. They're pushing other people down. Das heißt, sie verspotten andere und reden nur Böses. So echtlich verhöhnen sie andere. And so all the people are dismayed and confused drinking in their words. Und in Vers 10 das verwirrt und verunsichert die Menschen, sodass sie ihren Worten Glauben schenken. Und dann stellt er diese Frage. Weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht? Ich habe mich das auch vor kurzem schon gefragt. Wenn ich die Welt sehe, wie es hier geht. Sieht Gott da oben, was hier für eine schreckliche Situation auf der ganzen Welt herrscht? Weiß Gott das, fragen sie? Weiß der Höchste da überhaupt, was hier unten passiert? Ist das für heute relevant? Ja? Ja? Okay, gut. Ich gehe. Schaut euch diese gottlosen Menschen an. Sie genießen Leben mit Ease und ihre Reichtum werden größer. Sie multiplieren. Während ihr Reichtum wächst, fühlen sie ein angenehmes und saugloses Leben. Und Asaph denkt sich, wow, ich habe hier vor Gott gelebt. Und den Gottlosen geht das so? War es völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt? War es völlig umsonst, dass ich gut und unschuldig gelebt habe? Wir kennen das, was er denkt. Und er sagt, jetzt habe ich nichts als Sorgen, von früh bis spät. Jeder Morgen bringt mir neuen Kummer. Das sind die Wirklichkeiten des Lebens. Und das ist jetzt, was er als nächstes sagt. Vers 15. Er sagt, wenn ich wirklich so geredet hätte, wäre ich zum Verräter an deinem Volk geworden. Deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber das war mir zu schwer. So hat er sich gefühlt. Und es ist okay, die menschlichen Gefühle auszudrücken. Gott ist nicht geschockt davon, was wir sagen. Er weiß das. Du kannst alles zu Gott sagen. Du kannst ihm genau sagen, wie du dich fühlst. Er weiß es sowieso schon. Aber dann, jetzt kommt der beste Teil. Ich will euch, zu hören, Vers 17. Vers 17. Vers 17. Bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Er sagte, ich gehe in das Heiligtum. Gott hat vor kurzem zu mir geredet. Das ist der Ort, wo du deine Probleme lösen wirst. Deshalb ist dieser Psalm in der Bibel. Gott hat seine Salbung auf Asaph gelegt und ich glaube, er hat 14 oder 18 Psalmen geschrieben. Aber er beginnt mit diesem Psalm 73. Aber er beginnt mit diesem Psalm 73. Aber er sagte, als ich in Gottes Heiligtum kam, da habe ich endlich dieses Schicksal der Gottlosen verstanden. Jetzt kapiert er es so langsam. Manche von uns und euch müssen das auch kapieren. Die Bibel sagt, wie der Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er. Also müssen wir da Korrekturen vornehmen hier oben. Das macht Asaph. Und Gott hat das in das Heilige Buch getan für unseren Vorteil. Ich möchte das sagen und Pastor, wenn du da nicht mit einem übereinstimmst, dann kannst du wieder sprechen. Wenn du in das Heiligtum gehst, dann bekommst du Verständnis, Gottes Verständnis. Und du erkennst, dass dein Denken alles verstanden wurde und auf den falschen Weg und auf den falschen Weg. Und du erkennst, dass dein Denken total verzerrt war und auf den falschen Weg gegangen ist. Ich möchte das sagen mit all der Wahrscheinlichkeit in mir. Ich sage das jetzt mit der ganzen Wahrheit in mir. Ich möchte euch danken, dass ihr heute in dieses Heiligtum gekommen seid. Jeder, der hier heute hergekommen ist, hier müsst verändert werden. Ich muss verändert werden. Ich muss hier rausgehen, als jemand Besseres, als ich gekommen bin. Deshalb gehen wir zur Gemeinde. um das Wort Gottes zu hören, weil das Wort Gottes Wahrheit ist. Und ich verstehe so viel von menschlichen Problemen, psychologischen Problemen, emotionalen Problemen, Ängsten, all das. Und hier heißt es, Asaph ging in das Heiligtum. Und er sagt, ich habe es endlich verstanden, dieses Schicksal der Gottlosen. Wenn du das verstehst, dann wirst du den Rest deines Lebens für Gott leben. Wenn Gott so real für dich wird. Als nächstes sagt er, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Was? Was? Schlüpfriger Boden. Sie sind auf schlüpfrigen Boden, ich nicht. Ich stehe. Halleluja. Das sagt der Asaph in diesem Psalm. Ich bin in das Heiligtum gegangen. Du hast sie auf schlüpfrigen Boden gestellt. Und du stürzt sie ins Verderben. In einem Augenblick sind sie fort. und ihr Ende wird schrecklich sein. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, was du sie auslöschen, Herr, wenn du dich erhebst. Und das sagt Asaph, ja. Da erkannte ich, wie verbittert ich war. Gott hat es ihm gezeigt. Er war verbittert geworden. Und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich da bin. so dumm und unwissend bin ich gewesen. Ich muss dir wie ein unvernünftiges Tier erschienen sein. Das sagt Asaph hier. Und das ist das Gute. Man kann da seinen Kopf dann aufhängen. Einen Hut? Einen Hut? Einen Hut? Einen Hut? Oh, okay. Ja, der Hut. Amen. Einen Hut? Dann habe ich erkannt, wie viel bitter ich war. Ja, das Ich, es lag an mir. Wisst ihr, was mich am Christentum so glücklich macht? Wir geben zu, dass wir Menschen sind. Wir leuten nicht, dass wir Menschen sind. Wir haben Jesus in uns. Wir werden immer stärker. Er sagt, ich muss dir wie ein unvernünftiges Tier erschienen sein. besser werden, Leute. Halt an eure Seat. Fasten eure Seatbeläte, okay? Fasten eure Seatbeläte, okay? Es wird so gut werden, dass ihr schreien. Hier ist, was er sagt. Ich war so fuhlisch und ignoriert. Es scheint, als wäre ich ein senselesses Tier. Aber in all meiner Menschlichkeit, ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Was ist mit einem linken Hand? Was ist mit einem linken Hand? Ja, Gott hat dich auch mit einer linken Hand. Und jeden Tag in deinem Leben kamst du hier heute, das ist besser als alles in der Welt, was ich dir vorschlagen könnte. Das ist eine gute Therapie. Admit, was du hast. Admit, dass du nicht alles zusammenkriegst. Steh ein, was für Probleme du hast, dass du nicht alles auf die Reihe kriegst. Diese Leute hier sehen so nett. Du auch. Oh, oh, Pastor, das Ding ist weg. Oh, hier ist es. Was Vers in meinen Almen? 23, 24, 23. Wenn du, oh, Gott, wirst du riecht an ihre schlönen Ideen, als eine Person lacht, die in der Morgen trägt. 24, okay, ich bin sorry, 24. Du guierst mich mit deinem Wissen. Jetzt geht es da. Du guierst mich. Du wirst mich nach deinem Rat leiten. Glorious destiny. Wo ist das? Nein, das ist nicht da. Ja. Das ist nicht da. Okay, dann ist du wirst mich schließlich in Ehren aufnehmen. 24. Whom have I in heaven but you? Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Da möchte Gott uns heute dahin bringen. Dass wir sagen, Gott, ich will dich mehr als alles andere auf der Erde. Ich muss aufhören. Bin ich auch krank? Und wenn ihr so alt seid wie ich, dann merkt ihr, ihr seid nicht mehr so stark, ihr habt nicht mehr das Gedächtnis, das ihr hattet. Aber ich weiß, mein spirit kann schwächt aber Gott bleibt das heißt, bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott. Das ist gut, Gott bleibt. Er bleibt, er trost mein Tats hat es, er gehört mir für immer und ewig. Die, aber die dich verlassen werden inkommen. Denn du vernichtest alle, die sich von dir abwenden. Aber ich werde jetzt mit diesem letzten Vers aufhören und euch drei Punkte geben, über die ihr nachdenken. Das ist wie der Nachttisch jetzt. Der Nachttisch nach dem Essen, das Beste. Wo ist der Nachttisch? Das hier ist der Nachttisch. Doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Halleluja. Damit kann ich den Rest meines Lebens leben. Das wird mich direkt in die Ewigkeit bringen. Aber wie mir ist es alles persönlich. Es ist nicht nur ein in ein in number. Es ist alles eine persönliche Beziehung. Aber wie mir sagt, wie gut es ist. Sag das, Leute, sag das, laut. Ich höre es in Deutschland. Es sagt mir geht es gut. gut. Mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. macht es euch zu einem Punkt auf eurer Agenda, jeden Tag näher zu Gott zu kommen. Den Rest eures Lebens. Jeden Tag näher kommen. Und wie macht man das? Lest die Bibel. Ich gebe euch einen Bibelplan. Jeden Tag ein Kapitel im Alten Testament, angefangen mit 1. Mose. Und jeden Tag, den Rest eures Lebens, ein Kapitel für Sprüche. Heute ist der 7. August. Lest Kapitel 7 von Sprüchen, wenn ihr heimkommt. Okay, morgen Kapitel 8. Es gibt 31 Kapitel in den Sprüchen für jeden Tag eins. Das ist die Praxis. Ich habe das ungefähr 40 Jahre gemacht. Und es funktioniert. Und dann? Ich werde das jeden Tag machen. Du bist souverän. Du bist der Herr. Ja. Du bist. Oh, nein. Oh, ist es? Ich setze meine Zuversicht auf den Allmächtigen Herrn. Jeden Tag. Das sind drei Punkte. Gott ist nahe. Und jeden Tag bist du meine Zuversicht. Sieh, was eine Zuversicht, ein Schutz ist. Sicherheit. Zuflucht. Ein Schutz ist etwas, was über dir ist. Ja. Dass du geschützt bist. Du bist nicht draußen im Regen, im Schnee oder im Sturm. Du hast einen Schutz über dir. Gott wird dein Schutz. Amen. Amen. Und eins, der letzte Punkt. Jetzt kommt das. Und ich werde allen erzählen, was dieser Teil des Verses bedeutet. Ich werde jedem erzählen, allen erzählen, allen erzählen, allen, das heißt, diesen Leuten da drüben, die gehören doch nicht zu allen, oder? Gehören die auch zu allen? Gibt es irgendjemanden, der keine Familienmitglieder mehr hat? Ja. Jeder hier hat eine Familie, oder zumindest ein Teil, irgendein Familienmitglied? Dann schlage ich vor, dass du das machst, was meine Schwester gemacht hat. Ihr Hauptanliegen, nachdem sie ihr Leben Jesus gegeben hatte, und in der altesten Pfingstgemeinde, da wurde ich hingebracht von meiner Schwester. Und sie hat gesagt, ich will mit meiner Familie anfangen. Und sie hat mit dem Allerschlimmsten von der Familie angefangen. Ich habe schreckliche Sachen gemacht. In den ersten Jahren, zwischen zwölf und achtzehn. Ich habe Whisky verkauft. Mein Nachbar hat es im Wald gemacht. Und ich habe es für ihn verkauft. Er war ein großer Sünder. Und ich habe es für ihn verkauft, bevor ich meine Leicenz bekam, und ich bin mit dem Auto gefahren, ohne Führerschein, um den auszuliefern, um Leute betrunken zu machen. Das habe ich gemacht, als Teenager. Meine Schwester ist mit bei Jesus. Sie wartet auf ihre Geschwister, ihre Eltern sind jetzt bei ihr, alle. Alle zehn meiner Kinder. Mein Vater hatte zehn, meine Mutter hatte zehn. Ja, sie sind die gleichen Kinder, aber, you know. Jeder von uns ist zu Jesus gekommen. Ja, meine Mutter hat zehn Kinder und mein Vater auch. Where does it say, show me where it says, I will tell. Where is it right here? Ich will erzählen. Erzählen ist zählt. Erzählen. Erzählen. I'm going to tell. That's everyone? No, everyone is allen. Allen, that's all. That's everybody. I'm smart, aren't I? Allen is all. Oh, fantastisch. Oh, that's every one. That's no exception. Da gibt es keine Ausnahme. Why doesn't God just say, why don't just some of you tell? Warum sagt Gott nicht, ja, erzähl du bestimmten Leuten? Er sagt, nein. I want all of you to tell. Ich möchte alle, ich möchte, dass ihr allen erzählt, dass ihr alle, allen erzählt. Deshalb seid ihr heute zur Gemeinde gekommen, um die Probleme, die ihr noch habt, zu bewältigen, um die im Geist zu bewältigen. Und dann euer Herz darauf zu richten, genau das zu machen, was es hier sagt, erzählen. Erzählen? Last word. Ja. Das, damit möchte ich euch heute verlassen. Ich möchte, dass ihr anfangt zu reden. Jeder von euch. Aber wenn ihr sagt, ja, aber ich kann das nicht machen. Es ist zu schwer. Aber wenn ihr in Jesus verliebt seid, Verliebt sein hilft bei allem, oder? Das macht das ganze Leben besser. Und wenn ihr euch in Jesus verliebt, Dann wollt ihr darüber reden. Ja. Ich möchte euch um drei Sachen bitten, in diesem Vers. Und was sind diese drei Sachen? Ich setze meine Zuversicht auf den Allmächtigen Herrn. Ja. Und mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Und dann werde ich ihn Herrn meines Lebens machen, Den Allmächtigen Gott. Und dann, das ist Nummer zwei, Ich werde ihn zum Allmächtigen Herrn meines Lebens machen. Und dann werde ich es weitererzählen. Damit möchte ich euch heute verlassen. Und wenn ich nur über den Ozean gekommen bin, Um diese Predigt zu predigen. Dieser Mann, den ihr hier habt, Ist ein großer Prediger. Und hat mich hierher geholfen. Und Gott hat mir gezeigt, Dass ich über diesen Psalm predigen soll. Und damit aufzuhören, Mit was Asaph aufgehört hat. Erzählt einfach Leuten, Was Gott in euch getan hat. Das ist einfach. Okay, ich bin fertig. Nochmal eine Sache. Ich warte auf meine Gelegenheit. Auf meinem Heimrückkreis. Nächsten Montag, wenn ich heimgehe. Ich werde im Flugzeug sitzen. Ich werde neben irgendjemandem sitzen. Irgendjemand, den ich nicht kenne. Und da werde ich weitererzählen. Sie werden neun Stunden da sitzen. Und ich werde über Jesus reden. Ich muss kurz diese Geschichte noch erzählen. Meine Frau ist eine tolle Christin. Vor fünf Jahren haben wir eine neue Gemeinde gegründet. In Amsterdam, in Holland. Ich war da. Und Kay musste wieder nach Hause gehen. Vor mir. Und sie saß neben einem 22-jährigen jungen Mann. Und meine Frau war in ihren 70ern. Und sie saß neben diesem jungen Mann im Flugzeug. Und sie beginnt mit ihm zu reden. Und sie fragt, warum bist du nach Holland gekommen? Und er sagte, ich bin hergekommen, um zu trinken. Sie meinte, du bist nur gekommen, um zu trinken. Und er meinte, nee, ich bin nur gekommen, um zu trinken und Party zu machen. Und meine Frau fragte, ja, okay, hast du das dann gemacht? Hast du das erfüllt? Und sie fragte, wie viel Geld hattest du in deinen Taschen, als du hergekommen bist? Und dieser junge Mann sagte, 2.500 US-Dollar. Und er meinte, 2.500 Dollar. 2.500. In zwei Wochen. Hat er alles für Partys in Amsterdam ausgegeben. Ja. Und er ist heimgegangen mit keinem Geld. Und er hatte das Glück, neben Kay zu sitzen. Er hatte wirklich Glück. Ich bin einfach nur gekommen, um Party zu machen. Zwei Wochen lang. Und zu trinken. Und er ist heimgegangen und hat kein Geld mehr gehabt. Ich bin zwei Wochen hierher gekommen. Ich habe keinen Cent ausgegeben. Ich gehe heim. Ich gehe heim mit mehr Freude, als dieser Typ, der die ganze Zeit getrunken hat. und Drogen genommen hat. Ich bin so froh, dass Menschen mit Gott in die Beziehung kommen können. Ich bin fertig. Gib mir einen Moment noch. Dieser Mann, Kay, Kay, nachdem er mit ihm gebetet hat, er erhebt von seinen Sünden, Kay sagt ihm, ich möchte, dass er in die Beziehung war. Und er hat sich dann bekehrt und dann hat Kay gesagt, ich möchte, dass du zu einem Teen Challenge Center gehst. Und er ist da hingegangen, hat Jesus kennengelernt, hat da angefangen, ein Jahr lang dort zu sein. Und dann ist er zur Bibelschule gegangen. Und jetzt ist er auch ein... Jetzt ist er auch im Dienst und so sollt es sein. Und ihr könnt das machen, wenn ihr so alt seid wie Kay. Ja, sie ist alt. Sie ist 80. Sie ist wirklich alt. Ich werde euch nachher ihr Bild zeigen. Sie ist hübscher als je zuvor. Ich wusste nicht, dass eine Frau noch hübscher werden kann. Aber wenn man Jesus hat... Ist das nicht wunderbar? Das ist so gut. Alles, was Gott tut, ist gut. Alles, was Gott tut, ist gut. Ich lasse euch heute mit der Bibel in deinen Händen und Psalm 73 in deinen Händen. Und ich frage euch, nicht wasst du deinem Zeitpunkt. Geh und erzähl. Geh und erzähl. Mach Gott den Gott in deinem Leben. Every day. And let the news out. Be bold. So what if people think, let Jesus use you for his glory.